Es wurde ein Experiment entworfen, das den fünften Zustand der Materie im Universum bestätigen könnte. Sollte es sich nämlich als richtig erweisen, würde es zeigen, dass Information die fünfte Form von Materie ist, neben fest, flüssig, gasförmig und Plasma. Zudem haben wir hier noch ein weiteres Geheimnis. Tatsächlich könnte es sich bei der Information um die schwer fassbare dunkle Materie handeln, die fast ein Drittel des Universums ausmacht. Ein Experiment, das den fünften Zustand der Materie im Universum bestätigt, klingt recht spannend und wurde in einer neuen Forschungsarbeit der Universität Portsmouth in England veröffentlicht. Der Physiker Dr. Melvin Bobson hat bereits Erkenntnisse veröffentlicht, die darauf hindeuten, dass Information Masse hat und dass alle Elementarteilchen, die kleinsten bekannten Bausteine des Universums, Informationen über sich selbst speichern, ähnlich wie die menschliche DNA. Doch bevor wir hier weitermachen, gibt es einige wichtige Sachen zu erledigen. Denn diese Folge wird euch nämlich von NordVPN präsentiert. Also kommt hier unsere monatliche Werbeintegrierung, auf die ich mich sehr freue. Wie immer könnt ihr jetzt schon vorab auf nordvpn.com slash entropyvsi gehen und euch das Angebot sichern. Aber vielleicht willst du erst herausfinden, was NordVPN für dich tun kann. NordVPN ist perfekt, um deine digitale Sicherheit und Privatsphäre zu verbessern. Es verbirgt deine IP-Adresse, tarnt deinen virtuellen Standort, verschlüsselt deinen Datenverkehr und schützt dich vor verschiedenen Cyberangriffen. Der integrierte Online-Bedrohungsschutz von NordVPN ist eine Funktion, die dich umfassend schützt, wenn du online gehst. Sie neutralisiert Cyberbedrohungen auf deinen Geräten, bevor sie überhaupt Schalen anrichten können. Das Feature hilft dir, mit virenverseuchteten Dateien zu erkennen, verhindert, dass du auf schädliche Webseiten gelangst und blockiert Tracker sowie aufdringliche Werbung. Sobald du den umfassenden Bedrohungsschutz in den Einstellungen deiner NordVPN-App aktiviert hast, schützt sie deine Online-Aktivitäten, selbst dann, wenn du gar nicht mit einem VPN-Server verbunden bist. Zudem ist NordVPN eine Plattform, die kinderleicht zu bedienen ist und man nur mit einem Klick die Verbindung zu einem Land deiner Wahl herstellen kann. Dazu kommt eine recht beeindruckende Geschwindigkeit. Du hast 5100 Server in 60 Ländern zur Auswahl und 240 davon allein in Deutschland. Also schnapp dir den NordVPN-Deal unter nordvpn.com.entropy.vsi. Teste die Software risikofrei mit einer 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie und einen Gratis-Monat obendrauf. Und nun zurück zum Thema. Ein Experiment, das den fünften Zustand der Materie im Universum bestätigt, klingt recht spannend und wurde in einer neuen Forschungsarbeit der Universität Portsmouth in England veröffentlicht. Der Physiker Dr. Melvin Bobson hat bereits Erkenntnisse veröffentlicht, die darauf hindeuten, dass Information Masse hat und dass alle Elementarteilchen Informationen über sich selbst speichern, ähnlich wie die menschliche DNA. Aber lasst uns vorher die grundlegende Idee allerdings einmal durchgehen. Einsteins allgemeine Relativitätstheorie war in vielerlei Hinsicht revolutionär. Eine ihrer vielen bahnbrechenden Konsequenzen ist, dass Masse und Energie in Ruhe grundsätzlich austauschbar sind. Die unmittelbare Konsequenz daraus ist, dass man aus Energie, Masse, also greifbarer Materie machen kann, was wiederum erklärt, wie das Universum, wie wir es kennen, beim Urknall entstanden ist, als sich eine Unmenge an Energie in die ersten Teilchen verwandelte. Aber es könnte noch viel, viel mehr dahinter stecken. Im Jahr 2019 schlug der Physiker vor, dass Information gleichwertig mit Masse und Energie ist und als separater Zustand der Materie existiert. Eine Vermutung, die als Äquivalenzprinzip von Masse, Energie und Information bekannt ist. Dies würde bedeuten, dass jedes Stückchen Information eine endliche und quantifizierbare Masse hat. So beispielsweise eine Festplatte voller Informationen schwerer ist, als die gleiche Festplatte ohne Informationen. Das ist eine gewagte Behauptung. In einer neuen Studie will Watson nun Nägel mit Köpfen machen und schlägt ein Experiment vor, mit dem diese Vermutung überprüft werden kann. Zum Experiment kommen wir gleich. Die Hauptidee der Studie ist allerdings, dass Informationen nun mal gelöscht werden können, wenn Materieteilchen ihre entsprechenden Antimaterieteilchen vernichten. Genau durch diesen Prozess, der als Annulation bekannt ist, wird ein Materieteilchen im Wesentlichen aus der Existenz gelöscht. Der Annulationsprozess wandelt die gesamte verbleibende Masse der annullierenden Teilchen in Energie um, typischerweise in Gamma-Photonen, also es entsteht Strahlung. Wenn die Teilchen niedere Informationen enthalten, müssen diese bei der Annulation ebenfalls erhalten bleiben, sodass einige Photonen mit niedrigerer Energie entstehen. Und in dieser neuen Studie hat Watson genauere Energiewerte der roten Infrarot-Photonen vorhergesagt, die aus dieser Informationsauslöschung dann resultieren sollten. Und er hat ein detailliertes Protokoll für den experimentellen Test mit dem Elektron-Positron-Anniulationsprozess erstellt. Der Grundsatz der Masse-Energie-Informations-Äquivalenz, ja, so nennt sich diese Theorie, verbindet allerdings auch Rolf Launders Anwendung der Gesetze der Thermodynamik mit der Informationstheorie, die besagt, dass Information eine andere Form von Energie ist, und Cloud Shannon's Informationstheorie, die zur Erfindung des ersten digitalen Bits führte. Dieses MEI-Prinzip und seine wichtigste Vorhersage, dass Information Masse hat, nennt Watson die erste Informationsvermutung. Die zweite Vermutung besagt, dass alle Elementarteilchen Informationen über sich selbst speichern, ähnlich wie Lebewesen durch die DNA kodiert sind. In einer anderen aktuellen Studie hat Watson diese zweite Vermutung benutzt, um die Informationsspeicherkapazität aller sichtbaren Materie im Universum zu berechnen. Ihr habt wahrscheinlich diese verrückten Artikel und verrückten Videos gesehen, wie ein Wissenschaftler berechnete die ganze Materie im Universum, bla bla bla. Ja, jedenfalls war das der Wissenschaftler, über den wir hier gerade sprechen. Nun, die Überprüfung solch einer Vermutung ist jedoch recht schwierig. Zum Beispiel haben wir folgendes Problem. So würde laut der Theorie beispielsweise eine digitale Information, oder besser gesagt eine mit Informationen gefüllte 1TB Festplatte im Vergleich zur gleichen gelöschten Festplatte nur 2,5 mal 10 hoch minus 25 Kilogramm an Masse gewinnen. Es ist winzig. Die Messung einer solchen winzigen Massenänderung ist selbst für den empfindlichsten oder für die empfindlichste Waage der Welt unmöglich. Also haben wir hier ein Problem. Wir brauchen eine Waage, die sehr, 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 sehr empfindlich ist. Oder ein Experiment, das uns hier Antworten liefern kann. Und wie erhofft hat Watson ein Experiment vorgeschlagen, das beide Vermutungen mithilfe einer Teilchen-Anti-Teilchen-Kollision testet. Da jedes Teilchen Informationen enthalten soll, die angeblich eine eigene Masse haben, muss diese Information irgendwo hingehen. Wenn das Teilchen vernichtet wird, in diesem Fall sollte die Information in niederenergetische Infrarot-Photonen umgewandelt werden. Das heißt, findet eine Annulation statt zwischen einem Teilchen und einem Antiteilchen, nun, sie vernichten sich gegenseitig und ganz normale Gammastrahlung entsteht, oder in dem Fall die besondere Gammastrahlung, die bei einer Annulation entsteht. Hat das Teilchen allerdings Informationen gespeichert, sollte es jedoch recht niederenergetische Infrarot-Photonen rausschießen, die wir dann wiederum erfassen können. Nach Wopsons Vorhersagen sollte eine Elektron-Positron-Kollision zwei hochenergetische Gammastrahlen sowie zwei Infrarot-Photonen mit einer Wellenlänge von etwa 50 Mikrometern erzeugen. Die Bestätigung der Masse-Energie-Informations-Equivalenz könnte weitreichende Auswirkungen auf die Physik, die wir kennen haben. In einem früheren Interview sagte Wopson, dass das Universum, wenn seine Vermutung zutreffen, eine gewaltige Menge an digitaler Information enthalten würde. Er spekulierte, dass, in Anbetracht all dieser Dinge, die schwer fassbare dunkle Materie nur Information sein könnte. Nur 5% des Universums bestehen aus baryonischer Materie, während der Rest, also 95%, ein wilder Gemisch aus Masse-Energie aus dunkler Materie und dunkler Energie besteht. Also Dinge, die wir nicht sehen können oder verstehen können. Wir wissen nur, dass sie da ist und dass sie etwas tut. Und dann ist da noch das Paradoxon des Informationsverlust bei schwarzen Löchern. Nach Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie ist die Schwerkraft eines schwarzen Lochs so überwältigend, dass nichts innerhalb seines Ereignungshorizonts aus seinen Fängen entkommen kann. In den 70er Jahren versuchten Stephen Hawking und seine Mitarbeiter jedoch unser Verständnis von schwarzen Löchern mit Hilfe der Quantentheorie zu verfeinern. Und eine der zentralen Aussagen der Quantenmechanik lautet, dass Informationen niemals verloren gehen können. Eine der wichtigsten Vorhersagen Hawkings ist, dass schwarze Löcher dann Strahlung aussenden, die heute Hawking-Strahlung genannt wird. Doch mit dieser Vorhersage hatte Hawking die ultimativen Gesetze der Physik, die allgemeine Relativitätstheorie und die Quantenmechanik gegeneinander aufgespielt. Daher das Informationsfall aus Paradoxon. Und danke an Hawking für den ewigen Beef zwischen der allgemeinen Relativitätstheorie und der Quantenmechanik. Das Masse-Energie-Informations-Equivalenz-Prinzip könnte bei der Lösung dieses Paradoxons hilfreich sein. Und schließlich könnte die Masse-Energie-Informations-Equivalenz, ähm, versuch das mal ganz schnell dreimal hintereinander zu sagen. Masse-Energie-Informations-Equivalenz. Gar nicht, gar nicht so leicht, aber wenn's funktioniert, macht es riesig Spaß. Gut, ich schweife ab. Schließlich könnte die Masse-Energie-Informations-Equivalenz dazu beitragen, eine rechtskurrile Debatte zu beenden, die in letzter Zeit viel Beliebtheit erfährt. Die Vorstellung, dass wir alle in einer Computersimulation leben. Die Debatte geht auf eine bahnbrechende Veröffentlichung von Nick Bostrom von der Universität Oxford aus dem Jahr 2003 zurück, in der er die These vertrat, dass eine technologisch versierte Zivilisation mit immenser Rechenleistung neue Realitäten mit Bewusstsein simulieren könnte. Bostrom argumentierte, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir in einer Simulation leben, nahe bei 1 liegt, also recht gering. Die Theorie der Computersimulation lässt sich zwar leicht verwerfen, aber wenn man dann wirklich darüber nachdenkt, kann man sie auch nicht widerlegen. Wobson glaubt, dass die beiden Vermutungen einen Ausweg aus diesem Dilemma bieten könnten. Wobsons Theorie und die Experimente und die daraus resultierenden Ergebnisse widersprechen nicht der Quantenmechanik, widersprechen nicht der Elektrodynamik, nicht der Thermodynamik oder der klassischen Mechanik oder irgendeiner Mechanik. Sie ergänzen die Physik lediglich um etwas Neues und unglaublich Spannendes. Und vor einigen Monaten wurde bereits ein unglaublich skurriler Test vorgeschlagen, um herauszufinden, ob wir denn wirklich in solch einer, nun ja, Simulation leben. Alles, was wir dafür brauchen, ist lediglich ein USB-Stick. Jetzt wollt ihr antworten, oder? Hier die Episode, um eure Neugierde zu stellen. Und ich bedanke mich für die Simulation oder fürs Zuschauen oder zumindest fürs simulierte Zuschauen. Ich hoffe euch alle in der nächsten Simulation der Entropy zu sehen.